Go. Hello and again welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Äh, Gledos? Oh Gott, sie ist hier. Sie ist hier. Sie ist überall. Ja, und damit auf jeden Fall auch schon mal. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Aperture Tag. The Aperture Tag. The Penguin Testing Initiative. Und wir haben heute Keep Me Alive, please. Ja, Keep Me Alive. Guck mal, hier oben geht's schon mal irgendwo hin. Das ist schon mal gut zu wissen. Das kann ich, da kann ich dich auch hochführen. Das wäre gut. Und jetzt lässt du mich gleich wieder fallen. Ich kenne dich. Du hast es gesagt. Du hättest das nicht sagen dürfen. Ja. Komm, wir wollen das mal einigermaßen anständig über die Reihe bringen. Vielleicht. Jetzt wäre ich gerade fast da. Hey. Oh Gott, es verliert in Kraft. Das Kraftfeld, es bricht zusammen. Die Aperture Science Batterie geht alle. Sag mal, guckst du mir jetzt zu? Ja. Hey, jetzt komm, wir müssen das mal hier. Okay, warte. Die Beine kriegen am Ende haben wir hier eine 35 Minuten Folge, wo du mich 15 Minuten... Freuen sich doch, die echt Zuschauer drüber. Die ersten haben jetzt ich schon abgekalkt. Okay, jetzt mach ich. Jetzt aber mal richtig. Gott, das ist aber so verlockt. Komm, jetzt, 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 jetzt lass es mal. Oder ich mach ein Wage-Quiz. Soll ich alte Vierdrücken? Vor allem, dass ich es nicht so verletzen kann. Lass mal, lass mal. Ich glaube, ich komme hier gar nicht rüber. Doch, tue ich. Puh, gut. Ich kann ja auf jeden Fall mal runter. Ich gehe hier mal so einen Gang entlang. Cool. Hat mir überhaupt nichts gebracht. Ist da oben nichts? Nö. Ich gehe gerade unten diesen Gang entlang. Hier sind Laser. Oh Gott, schlechte Idee. Hallo. Target acquired. Hier. Nein, natürlich, ähm, für alle die, die sich die Map runtergeladen haben. Man hört GLaDOS nicht am Anfang. Bist du bereit für ein bisschen Selbstmord? Warte, du gehst vor. Oh fuck, wir wurden blockiert. No. Naja. Das können wir schaffen. Was, ich bringe mich nochmal hier hoch? Ich glaube, ich habe da was gesehen. Ich mache nochmal Selbstmord. Und versuche dann durchzukommen. Ich muss es schaffen. Guck mal. Ich weiß gar nicht, was ich dann hier machen soll. Wenn ich da irgendwie reinkomme, oder? Bist du mich gleich anvisieren? Oh Gott. Du kannst doch Portale schießen. Ich schieße mich nochmal hier hoch. Warte. Oh, ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von... Ja. Ich kann versuchen, den Runden auch durchzujumpen, aber das wirst du euch nicht groß bringen. Ja. Ich schieße mich nochmal da hoch. Okay. Und dann sage ich dir mal, wo die Portale hinkommen. Du kannst da ja zum Glück Portale durchschießen. Hm. Du hast die Portal Gun, ich habe die Paint Gun. Obwohl, du hast eigentlich die Paint Gun und ich habe gar nichts. Magische Kräfte. Ähm, warte mal. Ja, magische Kräfte habe ich. Mäh, ähm, Magic Mushroom. Äh, einmal da ein Portal hin. Und dann einmal... So, dass ich da... Sagen wir mal da. Gut. Ja. Das hat eben so ein bisschen Kraft, die mitfliegt. Das wird jetzt etwas schwieriger. Wir haben auch keine Ahnung, was diese Map sein soll. Hart. Ach, ich dachte ein bisschen dran, sorry. Hart, mittel oder leicht. Ja, das wissen wir echt nicht. Und wir hoffen, sie ist zumindest nicht zu schwer. Wie die dritte Folge. Oh Gott, das war der Horror. Ich habe das Portal ein bisschen anders gesetzt jetzt. Nee, das geht nicht. Glaube ich. Hm. Aber der... Wobei, vielleicht... Vielleicht so. 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 Gucken wir doch mal. Sorry. Ja. Ja, aus Versehen. War es wirklich? Ach, nee. Nee, das könnte man mal anzudieren. Ja, tut es aber nicht. So, herzlich willkommen beim Ausgelt-Teste. Vor allem das Schlimme ist, man merkt sich ja nicht mal, wie stark man genau geschossen wird. Du kannst hier keine Paint-Gun nutzen, ne? Nein. Kommst du da um durchs Portal, wo die Paint-Gun deaktiviert wird? Äh, nein. Äh, nein. Okay, das hätte man nämlich unten bei den Turrets, hätte man dann sowas jetzt machen können. Warte. 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 Mach mal da hin. Irgendwie da. Warte, das ist nicht ganz drüber. So. Das sollte klappen. Halbwegs. Okay. Ja, das ist doch schön entspannt. Warte. Warte, aber wir sehen zumindestens, du kannst jetzt zumindestens beobachten, in welche Richtung ich geschleudert werde. Ja, aber man kann das nicht wirklich. Aber ich könnte das nicht winken. Also ich werde ziemlich nach rechts geschleudert. Hm. Dann musst du es gleich mal so probieren, äh, dass ich das... Geh du mal nach oben. Vielleicht kannst du da ja mehr anfangen. Probier ich mal. Gut. Danke. So. Erstmal runter und dann an der Kante stehen bleiben. Du musst einmal runterspringen und dann so ganz knapp am Ende rauskommen. Runterspringen und dann zur Seite drücken. Komm da nicht rüber, ohne hochgebußt zu werden, oder? Jo. Aber das wäre natürlich optimal, dann könnte ich... Ach nee, hier geht es ja nicht. Der blaue Punkt ist dort, wo du landest. Ich hätte nach rechts geschleudert. Und jetzt versuchst du mal so... Warte. Versuch die mal so zu drehen, aber schieß das Portal mal dahin. Das Problem ist, die kommen noch zu weit. Ich komme dann weiter noch... Ich komme mir fast in die Ecke hier dann wieder. Vielleicht aber... Alles da hinmachen. Etwa. Passt das? Passt nicht. Denke ich, oder? Doch, könnte passen. Könnte passen. Ach doch, ich komme jetzt rüber. Wer hat uns da hingeschossen? Hoffen wir es mal. Los. Funktionier. Ah, ein bisschen zu weit. Dann müssen wir es niedriger machen. Aber war der richtige Ansatz schon mal. Willst du mich nochmal hochpusten? Jo. Gut, das war auf jeden Fall schon mal sehr gut. Die Idee. So. Was ist das mal tiefer machen? Ne, nicht da. Ja, das war gerade ein... Es dreht dich nicht raus. Ja. Müssen wir gucken. Warte, das ist die Hütte Kachel. Eins, zwei, tote Kachel von diesem Teil da. Zwei, drei, okay. Das ist zu weit rechts. Nochmal hoch, bitte. Ich glaube, ich werde mir die Tab-Taste beim nächsten Mal festkleben. Also, wir hatten zwei, drei und wir sind sehr knapp gewesen schon mal. Wir sind zu weit. Und wir waren zu weit rechts. Machen wir es mal mit. Eins, zwei. Ne, eins, zwei. Probieren wir es mal. Ah, das ist zu kurz und nicht zu weit links. Okay. Aber wir haben es fast. Also, ich glaube, von der Seite her ist ja egal. Es kommt nur darauf an, wie hoch und wie weit du fliegst. Ja, das Problem ist, die Kacheln sind nicht unten da. Was wollen wir eigentlich da drüben? Keine Ahnung. Ich glaube nur, dass es da einfach weiter geht. Auf dem Bus waren wir noch nicht, ne? Auf den kommt man normalerweise gar nicht. Ne. Okay, das war jetzt gerade eins, zwei. Und da sind wir jetzt... Machen wir mal halb, halb. Das war schlechter. Aber von der Kür war es perfekt schon mal. Vor allem, es geht hier ja auch nicht weiter oder so. Warte. Hoch, bitte. Warte. So, gut. Ähm, warte, wir waren zu weit links. Müssen wir noch weiter nach rechts. So, warte mal. Und dann... Ach ja, hier unten waren ja die Turrets, ne? Genau. Warte. Oh, so minimal. Aber ich hab's fast. Auf jeden Fall, ich muss hier hoch. Wir sind fast drauf. Gut. So, gut. Dann können wir hier wieder runter. Wieder anderthalb. Machen wir mal hier. Da. Dann ducke ich mich beim Durchfliegen. Ah! Ein bisschen höher. Minimal höher. Was ist so für Trial and Error? Eigentlich hasse ich Trial and Error, aber in Portal, naja. Es gehört dazu. Ja. So, wir waren so hier. Ein bisschen höher. Minimal so. Das klappt jetzt nicht. Ich bin drauf. Wann geht's? Ich bin wo drin? Ich bin wo drin? Woanders. Okay. Hier ist was für Paint Guns. Da muss ich irgendwas aktivieren. Okay. Hier hab ich ganz viele Buttons. Ich tue sie einfach mal alle. Warte. Das ist Plattform. Hast du einen Mond da? Ein Mond. Ein Mond. Guck mal. Hab ich einen Mond? Nein, ich habe keinen Mond. Weil an der Tür in der Nähe ist ein Mond. Ich drück alle Buttons mal. Warte. Mal gucken. Ist vielleicht bei den Turtles nur noch was? Ich geh grad gucken. Warte, schau dir mal. Und. Das schaust du nicht. Ne. Da ist nix. Hier verändert sich was anderes. Okay. Das ist das. Das da. Das da. Das ist alles in der Kamera hier. Könnte unten. Da würde ich was aktivieren. Warte mal. Geh nochmal. Mal sehen. Was passiert. Passiert irgendwas bei dir? Da ist eine Tür auf. Ja. Jetzt ist es. Perfekt. Gut. Ich muss mich jetzt umbringen. Drüben. Ich muss mich umbringen. Und dann da wieder hoch. Und dann kann ich dir da Wege bereiten. Äh. Wie komme ich jetzt aber? Ich kann nicht mehr hoch. Interessant wäre jetzt auch zu wissen, was ich. Kannst du irgendwas machen? Äh. Ne. Ich bin hier eh grad eingekesselt. Also einmal umbringen. Das Problem ist, ich komme jetzt auch nicht weiter. Von da. Ich bräuchte irgendeinen Cube oder so. Aber kriegen wir von irgendwo einen Cube. Ne, leider nicht. Ich wüsste jetzt nicht. Also ich habe nirgendwo einen gesehen. Einen Turret kann man normalerweise eigentlich da draufstellen. Zumindest in einigen Singleplayer-Level. Ja, nur wo, wie kommen wir an die Turrets ran? Das ist mal dann. So. Ich hoffe, ich treffe noch. Ja. Alter, das war so knapp. Boah, das war echt knapp. So. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Gut, und hier kommt jetzt wieder so ein... Ich komme auch nicht zurück. Hier ist was wieder für Paint Guns. Ich muss da hin. Aber wie... Tue ich mal um. Ach so. Komme ich nicht durch irgendwas durch, was meine Portals zerstört? Ach ja, stimmt. Warte. Kannst du die Tür nochmal öffnen? Da muss ich runter, weil ich leider nicht mehr zurückkomme. Hm. Kommen wir dir auch nicht an eine Portal-Fläche ran, oder? Nö. Okay. Okay. Jetzt sind deine Portale verschwunden. Naja. Jetzt mal wieder das. Wo wir eben schon waren. Und jetzt kann sich... Jetzt öffnet sich wieder die Tür. Und... Ja, wenn du da unten drauf springst. Jetzt. Jetzt muss ich mich wieder umbringen. Dann bleib mal kurz da. Versuch mal einen Weg zu finden, da durchzukommen, ohne dass jemand stoppt. Du kannst ja echt gar nichts machen da, ne? Ne. Ich geh einfach mal zu den Turrets. Ich glaube, wir müssen... Ich glaube, wir müssen uns irgendwie da einen Turret schnappen. Aber wie? Zu unten kann ja nicht völlig ignoriert werden. Ja, wir müssen uns definitiv den einen Turret holen. Äh... Ich komme gleich... Hm, warte mal. Da ist doch eine Portal-Fläche am Boden. Wir lesen hier am Anfang, oder nicht? Ne, nur in der Höhe. So. Hm, hm, hm. Die Map verwirrt mich. Ich hätte schon mal ein paar Teile, um durchzukommen bis dahin. Zu diesem einen Turret. Aber das Riesenproblem ist, da kommt man nicht hin, weil die anderen Turrets dann erschießen. Oh, du bist neben mir. Hi. Warte mal. Geh mal auf die... Geh mal hier auf die rechte Seite bei mir. Ja, man kommt da nicht durch. Egal, was man tut. Hm, hm, hm. Und wenn du hochgehst, geht das nicht. Warum? Oder soll ich dich nochmal hochschicken? Gehst du mich nochmal hoch? Ich kann mir ja nicht an irgendwie eine Portal-Fläche ran bei mir. Naja, und da gehen die Portals wieder weg. Hm. Fast. Das war schlecht von mir. Hm, 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 hm. Schon wieder. Springt zu weit. Ich hab heute mal überlegt, auf dem Nachhauseweg, ne? Hm. Aperture Science in die Wirklichkeit umzusetzen, wäre in einigen Belangen sogar relativ möglich. Zumindest dieser Laserstrahl. Ein GLaDOS-Objekt wäre auch möglich, Companion Coups herzustellen. Könnte eine Firma machen. Die hätten dann halt nur keine Funktion. Ne Druckplatte gibt's ja schon in der Welt. Du bräuchst jetzt diese Teile, die den Stoß abfangen, dass man, wenn man fällt, die wären cool. Die, äh, Longfallboots. Genau. Wie kommen wir jetzt weiter? Sag mal, kannst du's machen, dass du mir da eins hinschießt? Und sagen wir mal, da hin? Das hat mir eigentlich schon probiert. Da kamst du nicht weit genug. Ich glaub, ernsthaft, du musst da hoch. Hm, nee. Warte mal. Ich geh nochmal hoch. Vielleicht kommst du so da ran. Genau, wir versuchen mich jetzt einfach an... Oh, sorry. Einfach, warum den... ...an irgendeins der anderen Evil Faith Plate zu bringen. Genau. Man kann ja auch von oben, genau. Muss ich nur einen treffen, dann muss ich nur... Warte mal. Genau, guck erstmal, wie land... Wie ist denn das positioniert? Ist nicht gut, oder? Doch, geht. Probieren wir mal aus. Dann kann ich dir sagen... Nee, wird nicht gut. Oh, doch. Nice. Guck mal, das. Pass auf, wir gehst jetzt gleich runter. Da darfst du nicht runterfallen. Am wobei, du kannst dich auch hochpusten. Kann mich ja wieder hochschauen. Genau, der rechts da. Nein, nur das da unten. Macht's für mich auf und du kannst wieder hoch. Genau. Perfekt. Ist das hier unten eine Wassergrube? Ja, dann nicht rein. Was mach ich jetzt hier, ist die Frage. So, du bist jetzt hier drüben. Ja. Na, mach mal hier hin. Höher ziehen. Warte. Ah, du hast die jetzt mal. Das wird eben da hinkommen. Warte mal, was ist, wenn ich dir den drücke? Na, da gehen nur diese Teile hoch, leider die ganze Zeit. Aber welchen brauchst du denn zuerst? Äh, warte mal, mach mal diesen schrägen Pfeil. Schrägstrich, den da. Den zuerst, dann brauch ich den Punkt, dann das Kreuz, dann das Viereck. Mach aber hier mal kurz Dings hin. Das gehe. Genau, versuchen wir es nicht an die Wand, danke. So, jetzt mach mal den, äh, den Strich. Dann direkt? Ja, mach, genau, du musst ganz schnell, also Strich, Punkt, Kreuz, Viereck. Mach mal schnell. Strich, Punkt, Punkt, Kreuz. Kreuz, 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 Kreuz. Ah, doch, du kannst, äh, ja, mach mal Strich und dann musst du hier schnell mal blau machen. Nee, nicht hier. Hier gleich geht es hoch. Wobei, wir können das eigentlich voll ignorieren mit einem Jump darauf. Wenn du es hier machst. Mach einfach mal da hin. Okay, danke. Also, ich bin bereit. Bist du bereit? Ach, nein, fuck. Oh Gott. Ich bin nicht gut abgejumpft. Nee, warte mal, ich will noch was probieren. Ich bin oben. Was passiert, passiert was bei dir? Ähm. Warte. Hier, da geht es runter. Da geht es nach Lietz jetzt. Ja, warte, bleib mal drauf stehen. So, jetzt konnte ich über die Wasserkrube gehen. Ja. Jetzt komme ich hier vorbei. Da sehe ich dich, ja. Jetzt müsstest du mich hier rein theoretisch was öffnen können. Ja, hier ist nun. Perfekt, genau das. Hi. Hi. Mal gucken, ob wir jetzt gleich wieder zu... Ich springe jetzt mal einmal vor. Genau, da hin. Ah, perfekt, genau das kannst du ja machen. Aber dann geht es hin hier. Oh. Ach, da ist er noch wieder. Warte mal, was? Wo waren die Turrets? Ach, die Turrets kommen jetzt hier. Ah, jetzt können wir mit dem Gehl... ...an den Turrets vorbei. Aha. Verstehe. Mach da mal dieses Schnelligkeits-Gehl hin, genau. Ah. Lol. Waren da noch mehr? Ja. Da waren hinter noch mehr. Hinter der Wand. Und ich habe jetzt ein Problem. Ich habe kein Gehl mehr. Warte. Das ist vielleicht kein so großes Problem. Wir brauchen einen Turret, warum auch immer. Okay. Komm, versuch mal da rein zu gehen. Ich muss mich beeilen. Ja, man kommt immer genau zu diesem einen Punkt, ne? Ja, Moment. Aber das kriegen wir hin. Wir sind jetzt schon so weit. Ich lenk's dir ein bisschen ab. Oh, das war zu viel abgelenkt. Ja. Und jetzt? Jetzt die gute Frage... Warte mal. Ach, da kann ich jetzt erst mal mich sichern. Hier bin ich jetzt erst mal sicher. Kannst du mir mal ein Portal da reinschießen? Ah, gute Idee. Fuck, es liegt nicht. Mach ich schnell. Warte, ich komme runter. Ich nehme mir den Turret. Und dann muss ich den da, glaube ich, einfach draufstellen. Ich mach das schnell. Ich aktiviere das aber nicht. Das ist nicht schwer genug. Äh... Ich habe eine Idee. Du musst mal kurz sterben. Ich muss sterben. Warum? Ja. Ja. Mach mal. Ich habe es. Bring mich mal hoch. Okay. Ähm... Ich mache auch meine, äh... Paint Gun. Du weißt noch, wo du gerade das Portal hingeschossen hattest? Ja, in etwa. Ach, sorry. Ja. Genau, da oben. Alter. So. So, genau da. Müsst du noch den Entsprung hinkriegen. Ja, manchmal bin ich einfach zu inkompetent. Das kenne ich, du. Das wird bei diesem Spiel noch etwas... Nein, aber das Coole ist, dieses Spiel liefert echt viel Material für Best of Ser. Ja. Ich... 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 Mach mir nicht so ne Angst. Ja? Ja, jetzt kannst du das für mich aktivieren. So. Danke. So, genau. Von hier kann ich jetzt wieder rüber. Dann kannst du das für mich aktivieren. Ach nee, jetzt muss ich ja erst mal... Ach nee. Gut, kannst runter. Genau da durch. Jetzt musst du das für mich aktivieren. Ey, so schnell geht das, wenn man weiß, wie. Wenn man weiß, wie ist das meistens echt erstaunlich. Ja. Gut, ich... Ich muss das für mich. Du bist ja eh ganz runter, ne? Hier war ja nichts. Genau. Ach nee, wir machen... Schaut... Warte. Wir können nicht... Mach mal alles voll. Mach mal alles... Ach so. Ja, genau. Peak einfach mal immer kurz um die Ecke. Und mach die voll. Äh, links geht, oder? Mach erstmal den Gang voll mit dem, äh... Orangenen, bitte. Der Arme. Einfach noch so jung. Gut. Aua. Das sind Glasscheibe. Wow. Einen hast du? Oder? Ja. Perfekt. Zweiten hast du. So. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie... Das sagt die mir genau dann... Warte. So. Komm mal rein. Ist die Frage, wer da hin muss. Boah, das ist so verwirrend manchmal mit den Portalen. Ich muss da hin, weil ab da meine... Pinklein. Ach so. Ähm. Okay. Ähm. So. Stell ich mir meinen Turret wenigstens hin. Kannst du da mal kurz das rote Portal hin machen? Wo? Du musst da weiter durch. Ich? Nicht du? Ja. Ach, das macht deine kaputt, oder wie? Ja. Okay, die sehen mich eh nicht. Ne, hier werden deine Portal-Teile wieder aktiviert. Dein Gel. Ja, aber geh mal kurz weiter. Aktivier mal den Knopf. Ja. Okay. Dann kann ich wohl wieder zurückkommen. Kann ich wieder tauschen. So. Du brauchst einmal da, da... Ey. Das ist mein Companion hier. Äh. Den Companion? Brauchst du. Oh, warte. Warte, warte. Ich muss draufstehen. Ich muss draufstehen. Geh nochmal zurück. So, jetzt. Warte. Einfach einmal bitte unter den... Ah, warte. Ich kann kurz runtersteppen. So, jetzt. Jetzt ist das schon mal sicher. Jetzt kann ich auch kommen. Also ganz sicher ist es immer noch nicht. Ein paar Querschläge hier und da. Es reicht. Du musst jetzt hier blau machen. So cute. Dahin ein Portal. Und dahin. Ah, dann muss ich durchschießen so. Dumpda-dum. Badada. Dadada. Dadadada. Dumpda-dum. Okay, die war echt. Die war cool. Die war cool und faszinierend. Wollte es schon ins Falsche reingehen. Ja, das hat mir auf jeden Fall gefallen. Und wenn euch die Folge gefallen, wird es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und die beiden meinen kleinen Abo vielleicht hat das, wenn es euch sehr gefallen hat. Und ja, wir bedanken uns so viel fürs Zuschauen. Mein Name ist Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt ist die D&D und Train Science LP. Ciao, ciao.